Freunde, wir sind hier wieder zurück bei einem legendären Format Farben Battle Wen haben wir denn hier? Der Böse des Stani Im bösen falschen Team in Team Rot oder was? Mit seinen bösen Anhängern Aber wisst ihr was? Wir sind in Team Grün Wir sind in Team Grün und werden einfach dafür sorgen Hier das komplette Spiel zu gewinnen Also Team Grün, ich würde mal sagen Wir nehmen die komplette obere Hälfte Nein Team Rot! Landet in Rackless Greenway Wir nehmen die obere Hälfte, was willst du? Nimm mal die untere Hälfte Dann nehmen wir die linke Seite Linke Seite Team Grün, alle komplett links Ja so, teilt euch das durch zwei und dann einfach alle links Wir treffen uns alle links Team Grün ist komplett links Ich sag ehrlich, bei mir sollen sich erstmal alle am Bahnhof treffen Boah, ich hab nen richtig guten Partner Nico ist in meinem Team Wen hast du? Ich hab nen richtig schlechten Partner, Blackjack Hallo Weißt du was ich krass finde? Wenn das Blackjack einfach höheres Level ist wie du Na und? Ja dann kann er vielleicht jetzt rasieren Erst recht Was willst du von mir eigentlich? Wird dein Team gewinnen oder mein Team gewinnen? Ich denke, dass mein Team gewinnen wird Also ich weiß noch nicht, wie viele Leute ich haben werde Aber egal wie viele Alle aufs Dach Auch wenn ich nur mit fünf Leuten spielen sollte Werden wir einfach mit fünf Leuten euch Pops nehmen Ich spiele als Team Das ist das Ding, wir spielen als Team Boah Ich würd mal sagen Team Grün landet irgendwo links Ich bin jetzt in Snooody's Deeps gelandet Ich sag ehrlich Was ist denn das für komische Namen, Digga? Junge, bei mir sind nur Profis, Alter Oh mein Gott Wie, bei dir sind nur Profis? Was laberst du eigentlich wieder von der Ecke? Ich schwör, bei mir sind nur Profis vorbei Bro, das Ding ist, du bist halt so schlecht, dass du überhaupt Profis brauchst bei dir So, Jungs Alle ausrüsten Team Grün Achso, und die anderen, die im Discord sind und auch reden können Ihr könnt natürlich auch mit euren Teampartnern reden und am Start sein Also Pyshter zum Beispiel In welcher Gruppe bist du? Ich bin Team Grün Ja, Pyshter Team Grün Itachi, wo bist du? Oh mein Gott Ich hab einfach Itachi und Pyshter in meinem Team Ja, dann habt ihr schon verloren, Bro Checkst du das eigentlich? Nein, ich hab nicht die Pamp bekommen Nein Noch nicht fighten, aber ihr könnt natürlich den Boss jetzt fighten Und denkt dran, ihr müsst immer drauf gucken, wer in euer Team ist Ja, achtet natürlich drauf, dass ihr keine Kollegen von euch attackiert Das ist natürlich höchste Priorität, Freunde Also Team Grün kann sich natürlich untereinander angreifen, das wär jetzt kein Problem Bro, wir sind aber nicht so dumm wie dein Team Team Grün, ihr habt ja die Münze Öffnet mal den Tresor unten, Team Grün Kresor öffnen Also alle, die freiwillig bei Stani sind Oh, Spaß Und Metsfam, alle Metsfam, alle Metsfam Die haben schon verloren Bro, wir müssen als Team zusammenhalten Das Ding ist, Problem ist Du hast vielleicht gute Leute bei dir, aber die sind gezwungen worden, bei dir zu sein Das ist der Unterschied Die werden dafür bezahlt, in deinem Team zu sein Boah, guck mal Ey, wir haben einen Tannenbaum Er denkt, wir haben noch Weihnachten Bro, Weihnachten ist Schnee von gestern Und ich mache jetzt eine Ansage im Stream, die nur mein Team hören darf Boah, ermietet sich Das Gute ist, wir können jetzt auch Ansagen droppen Leute, ganz wichtig, wir müssen, sobald es geht, eigentlich ein paar Hits drücken Weil, ihr wisst, Sturmkrankheit und alles Ja Beziehungsweise nicht Sturmkrankheit Wie heißt diese eine Schadensattacke da? So, ich habe mich jetzt hier mit einigen Leuten Einige Leute auf mich Spezialisiert Ja Hast du das? Ich würde mal sagen Ich kann nicht sagen, wie sie sich spezialisiert haben Team Grün, wir treffen uns alle, wenn ihr fertig seid In Fencing Fields Alle in Fencing Fields treffen Kannst du Bisschen Schilds mitnehmen? Ich habe keine Schilder gerade bei mir Schilds? Ja, Schilds Mein Team geht nach! Ne, kann ich nicht Ich habe selber nur eins Also, ich kann dir das stoppen, save Aber ich habe selber nicht so viel Labisch leer, da könnten wir eigentlich noch Loot mitnehmen Labisch Also geht jetzt erstmal alle looten Wir sammeln uns gleich alle Team Grün, looten zu viel Hier und Ressourcen wie nur möglich Und achtet drauf, dass ihr euch nicht gegenseitig hittet Ey, wenn ihr jetzt alle Biggies abgezogen habt Ne, dann Dann war's Da kracht es doch hier, dass wieder alle Biggies weg sind Und Peppy und Stu Oh Dankeschön Spray mal hier rum Spray rum Oh, das ist ja, was lag da Da lag irgendwas wertvolles Wer macht Party hier Oh mein Gott, ich habe die geilten Hä, warum kriege ich davon nichts ab? Was ist das? Stu, das ist das Heftige, ne? Die werden erstmal auf jeden Fall aufgezählt Goat, Aaron ist das Monkey Andola Irgendwo bei mir machen wir schon Champagner Party bei mir hier Ehrlich Feiert ihr jetzt schon den Sieg Bei mir machen wir schon Champagner Party Jungs, ihr müsst full Mets haben alle Ihr müsst euch full ausrüsten Viel Munition Auf den Weg zu Fancy Fields, my friends Ah, Fancy Fields, okay, Fancy Fields Leute alle zur Farm Und es wird noch nicht attackiert Das Ding ist, wir sind einfach getarnt, Freunde Checkt ihr das Wir sind genauso grün wie der Boden in Fortnite Die haben gar keine Chance mehr Sogar ist ja doch mein Lieblingsskin hier, ne? Die werden sowas noch keine Chance haben Aua, ich wurde geschlagen Du musst aufpassen mit Autos, Leute Wegen überfahren und so Ja, die Leute hier schießen sie schon gegenseitig ab Hey, Team, Team, Team Der Team ist so doof Der Team ist so doof Ich habe mich kurz noch nicht zusammenreißen Lass uns weiter Achte drauf, keine anderen Ja, gemeinsam Ja, gemeinsam mit Hecken Ninja Turtle Wow Wow Bro, du hast Ninja-Müll-Turtles vielleicht bei dir im Team Boah, mein Gott Das sieht man, weil das sind Toilettenkrieger Toilettenkrieger Dürfen wir den schon killen? Nein Eigentlich schon Eigentlich schon, doch Ja, wenn er bei uns direkt ist, dann ja Ja, der ist bei uns hier Ja, dann Hey, Team Grün, komm zurück Team Grün, warum pusht ihr das gemeinsam? Als Team? Ja, lass uns gemeinsam erstmal in Fans in Viertel treffen Ja, uns erstmal treffen und gucken, wie viele wir sind hier Für mein Team, bitte, ihr müsst richtig drauf achten, auf wem ihr gleich schießt Nicht auf Rote schießen Weil das mal sollen schon die Dullis untereinander machen Ich denke mal, Team Grün wird sich alleine eliminieren Das ist halt sehr, sehr krass Wo, denkst du, dass wir ein IQ von Standard-Skill haben, oder was? Team Grün ist gleich tot Oh, oh, oh Ach, Mann Digga, was er da sagt Ey, ich glaube, er checkt gar nicht mehr, was für ein IQ unser Team hat Team Grün, wir sind hier die krassesten, Junge Das stimmt Bro, dein Team kann vielleicht, die können vielleicht euren Namen tanzen Mehr könnt ihr euch nicht anders Ich meine, können wir überhaupt was? Was kannst du? Bro, wir können fighten, Junge Ist das so? Wir sind ein Fighter-Team Okay, interessant Ja, du hast zu viele Filme geguckt, ne? Denkst auch, du bist Jackie Chan Oh, was hast du jetzt gegen Jackie Chan, Bro? Hä, ich hab Jackie Chan doch ein Kompliment gegeben Bro, was hast du jetzt gegen Jackie Chan? Ich bin hier im Auto, hier Oh, du mit deiner G-Klasse? Oh, das ist jung Ey, kommt mal rein hier, wir haben die G-Klasse hier am Start Let's go Weil die läuft ja Achso, wir sind ja schon in Fans vieles angekommen Ja Guten Morgen Okay, Leute Lasst uns hier erstmal nochmal gucken, wann die Zone am Start ist Wenn wir die nächste Zone haben, würde ich mal sagen, bauen wir hier eine fette Festung auf Eine sehr fette, fette Fest Eine richtig fette Festung Ey, klauen doch nicht alles! Oh, guck mal, die klauen sich sogar gegenseitig alles Ja Und Stani, toller Anführer, Stani, schreit da wieder seine Leute an Bro Die haben schon alle Angst Die heute ist schon Bei mir ist halt gewisse Härte im Team Bei mir ist gewisse Härte im Team Was für Härte? Bei dir wird nur rumgeschrien Du denkst auch, Motto Sag du, Nico? Ich denk mal, fast so ein kleines Kind, so ein zwölfjähriger Du schreit ihn an Da weint doch fast dann Safe Looten wir Aber das checkt Stani ja gar nicht Aber ist ein gutes Vorbild, ne, Stani? Oh, bei mir ist streng Bei mir ist das ein gutes Vorbild Bist du jetzt mal ehrlich? Ich würde eh gleich eine Ansage machen, wo wir uns alle treffen werden Würde ich sagen, jetzt kurz auf die Zone Und dann müssen wir hier eine fette Rede halten Und ich möchte, dass Nico die Rede hält Ja, perfekt Let's go in Wir brauchen erstmal ein Auto, wo wir uns treffen Hier in der Gronen Oh, immer welches ist der Fahne Leckt das bei mir? Guck mal hier, gleich, das leckt wieder Metzfahler, Metzfahren Team Grün Wir treffen uns vor dem Eingang bei der Hauptvilla Okay, in Fans, in Fields oder was? Oh mein Gott, das wird OP sein Ja, ja, das wird Hauptvilla vorne am Eingang, wo die zwei Statuen sind Oh mein Gott, da denke ich noch nicht reißen würde, mit der Ausstattung Okay, ist da genug Platz für viele Leute, oder was? Ja, hier sieht das ein Alle runterkommen Leute, macht einen Kreis hier rum Oh, gute Idee, gute Idee Macht hier drum einen Kreis Ich stehe dann in der Mitte Leute, man hat einen schönen Kreis so mäßig Kriegen wir das sehen, Leute? Eine weiße Linie so im Klang Sehr gut Ich mach mal hier kurz diese komischen Dinger aus Das sieht auf mich bestellt aus Das wird eh irritieren Äh, äh, äh Ruine Drills Ruine Drills Alle zu Ruine Drills Alle zu Ruine Drills Alle zu Ruine Drills Die jetzt nicht da sind, sind zu spät Team Grün, wisst ihr, wieso wir uns hier versammelt haben Warum? An diesen Statur mit dem Schwert Weil es gleich in einen Kampf geht Ja, die meisten von euch ist jetzt bereit für den Kampf Ich bin bereit Ihr wart jahrelang trainiert Ihr wart jahrelang loser und werdet immer loser bleiben Oh, hört ihr das? Das lassen wir uns nicht mehr gefallen Wir werden Team Rot gleich so hart auseinander nehmen Dass die heulend nach Hause rennen Oh, ich werde jetzt auch eine Rede halten Ich werde jetzt auch noch eine Rede halten Ich werde jetzt auch noch eine Rede halten Ich will von Team Grün ein Ja hören Und falls ihr Ja sagen solltet, könnt ihr auch springen Team Grün Seid ihr bereit? Team Grün werden wir die fertig machen Ja, für Fortnite Rein in den Kampf, Leute Und besiegt die anderen Bösewichte Let's go Also deine, eure Ansprachen gehen mir langsam ein bisschen auf den Keks Das wisst ihr, ne? Denkst du, das juckt uns oder was? Stani's neidisch Okay, die kommen, die kommen, die kommen Macht euch ready Nein, wir gehen noch gar nicht Stani's neidisch auf Teamwork von uns Wir gehen Pleasant Plaza jetzt erstmal alle Achtung, Achtung, Achtung Die könnten jetzt jeden Augenblick kommen Achtung, Team Klima, ich bin bereit Passt auf, passt auf Torwart, es kommt ein feindliches Auto vielleicht Und das ist Team Grün Leute, hier bei Pleasant Plaza auf dem Berg Hier auf den Berg kommen alle Leute Hier auf den Berg Hier, vor Prayer, hier wo ich bin Die sind Richtung 297 Junge, hier haben wir gute Schüsse auf die Hier haben wir gute Schüsse auf die Hier, hier, hier Team Rot ist hier Lass uns zusammenbleiben, Team Grün Hier, hier haben wir die Rot ist hier Wenn wir uns einmal trennen sollten, haben wir ein großes Problem Wo sind die Nico? Hier, hier bleiben wir, hier bleiben wir Bei Nico, bei Nico sind hier, aufpassen Leute Vergiss nicht Leute, ihr killt grad mich, ne Team Grün, ihr killt grad mich Team Grün, schön auf Team Grün gehen Hier oben, Leute, schön auf High Ground Schön auf High Ground bleiben Ich hab grad so weg Oh Gott, oh Gott Sehr gut, haben wir einen Roten besiegt oder was? Leute, hier bauen, schön auf High Ground Strong, strong, strong Pass auf, dass ihr nicht Euch gegenseitig abschießt Die sind alle da unten, Leute Sehr, sehr gut Ähm, Blackjack bist du auch eigentlich noch da? Ja, natürlich Aber Team Rot schießt sich schon wieder gegenseitig ab Sehr, ja Oh, was laberst du, Blackjack Warum machst du so Blackjack macht nur Ärger bei uns im Team Ja, wenn die mich abschießen Schießt auf mich Die sind vor uns, pass auf Wir haben Sniper Reload Angriff Die sind alle schön auf High Ground hier Schön bauen hier, schön bauen Wir haben hier schön High Ground Hier ist nicht zu weit weg Versuch dir erstmal so ein bisschen anzuhitten Und alles, für die Sturmwarnung Hier ist die Hand, genau Für die Sturmwarnung Ach, bro, das ist hier Ich achte erstmal auf meine Leute Ich musste hier hier Boah, wichtig Wir haben hier zwei Tannenbäume Aufpassen, da hinten wurde gebaut Redshot, Snap auf einen Sehr gut, Nico Sehr gut, sehr gut, Nico Ist sehr gut, ne? Schön, Snipers Auf die, schön, sein, auf die Wichtiger Damage Lass uns wieder zurück zum End von Fancy Fancy viel zertreffen Könnte sein, dass wir die Zone haben, Leute Könnte sein, dass wir die Zone haben Das ist deswegen gut Ich bin in der G-Klasse Ich geh zum End Bei dem zweiten End von Fans Da können wir uns treffen Da ist Nico gerade Da können wir uns alle nochmal treffen, Leute Was haben wir in Lack abchecken, erstmal Guck mal, die haben Angst Die haben schon Angst, Leute Die haben schon Angst, sehr, sehr gut Blackjack is slow Blackjack is slow Wir haben schon Angst Stark Oh, der macht Party, Digga Der holt hier einfach Sektflasche raus Und macht Party, Junge Jungs, wir sind in der Zone Wir sind in der Zone Sehr, sehr Der macht richtig Party, Junge Er dreht hier durch Er dreht hier komplett durch Für uns Jungs, wir rotieren hier nach rechts Auf Berg, auf Berg rotieren Auf Berg hier immer schön high ground bleiben Nein, es ging gerade die Leute da Und passt auf Für uns Hier weiter auf Berg bleiben, Leute Ich hab den Key sogar bekommen Schön auf high ground Hier, wir haben schön high ground Guckt euch das an, der lag 10 Minuten auf dem Boden Hat jemand einen Sniper für mich? Team Grün Team Grün Wir sind nicht grün hinter den Ohren Team Grün, lass dich nicht in die Zone mehr kommen Immer schön high ground bleiben Ein 20er Snipen, mich auf einen Strong, 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 strong Das ist so wichtig Ich war unbedingt nicht in die Zone Das ist so wichtig die Hitze spielte, ne? Und slide die weg Was auf die am High Ground? Lass die nicht zu uns kommen Die Snipen, mich so schön Die Lichter Die Leute verteidigt den Bauernhof Bro, ein eklig Bauernhof Da stinkt es mir ganz schön doll Ich versuche mal ein Ich versuche mal ein Ich versuche mal ein Ich versuche mal ein Das war krass, Bro Schön angreifend, Leute Danke, Schnell Danke, Schnell Danke, Schnell Danke, Schnell Vielen, vielen Dank Boah, ist das hier Pass auf, dass wir nicht draufgehen Ja, Mann Der macht so Anfolgungsmusik in der eine Der macht hier noch sehr gut Sehr gut, sehr gut Ich komme in die Kurs Ey, bei mir macht einer Musik Er ist ein richtiger Musiker Guck mal, wie die alles Was macht das krank, Bro Wie die alles alles nachmachen Ey, ich kann doch auch nichts dafür Was wir nachmachen Vielleicht haben wir das als erstes gemacht Schon mal daran gedacht Junge, wir haben das doch schon Die ganze Zeit gemacht Und ich hab's gesagt Ja, ist klar Oh mein Gott Der Schuss könnte fast treffen Oh mein Gott Das ist doch aufpassen, ne Schön, Leute Schön aufpassen Wir müssen zur Zone Wir müssen zur Zone Wir sind doch in der Zone Nein, die müssen zur Zone Oh Ja, okay Ey, oh mein Hedge Ich muss Snipe down Hast du getroffen Genau, stopp Oh, sehr gut, sehr gut Sehr gut Passt auf die Rechtsseite auf Da sind ganz viele Ich sehe schon wieder eine Snipe Leute, passt auf, ne Jeder Augenblick Könnte unser Tod sein Was brauche ich? Brauche ich Ein Schild Ein Schild Schützen Ja, gerne, 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 gerne Komm zum C Komm zum C bei Fencing Keiner piekt Keiner piekt Ich komme, ich komme Ey, was soll das? Hier, ich bin der hier Ah, du bist der mit dem Schild Oh mein Gott Ja, ja, hier Achso, ich brauche nicht dein Schild Alles gut Nee, behalte, behalte Ich dachte, du willst vor mir Sei einfach vor mir Einfach die ganze Zeit Geh mir Protection Von rechts kommen die von Norden Von Norden kommen Welche? Passt auf Von Norden? Okay, von Norden Achtung, Leute Der eine ist da No-Skin und sniped Bro, wer pusht mich da runter? Die killen da oben Wer mich runter pusht, Junge Pass von Norden auf Die kommen jetzt von zwei Seiten Pass auf Wir sind umzingelt Wir müssen die von Norden Erstmal eliminieren 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 Ja Komm mal hier hoch zu mir Bro, ihr sollt kämpfen Rein da Achtet drauf Team Grün Achtet wirklich drauf Dass ihr nicht eure Kollegen attackiert Ihr sollt auf die Gegner gehen Ihr sollt auf die Gegner gehen Team Nein Die kommen, die kommen, Freunde Die kommen von der rechten Seite Norden Die Zone kommt Boah, leck, 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 leck Sollen wir schon mal in die Zone? Team Grün Team Grün Team Grün Alle in die Zone Das ist jetzt wichtig Alle in die Zone Zone, 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 Zone So dass ihr alle beieinander seid Ganz wichtig Dann abfang Dann abfang Also erst mal in die Zone Einfach geradeaus in die Zone Einfach geradeaus in die Zone Erstmal straight in die Zone Sollen wir zu diesem roten Kasten dort unten Sollen wir alle zu diesem roten Kasten Können wir das auf der Karte sehen Lass uns alle dorthin Sehr gut, sehr gut, sehr gut Soll ich davon einfach einen Snipe abbekommen Ist das ganz, ganz vorne, ist you Der Rote Kasten Einer von Team Rot ist bei uns Weiter, weiter, weiter in die Zone Brauchst du Schild, brauchst du Schild Die können nicht in die Zone kommen Ich brauche hier Ich brauche hier Hier, komm zu mir Einer mit den Zone Komm rein, komm rein Komm rein Einer ist hinter uns an der Villa Und noch Fresh Fisch Passt auf Team Rot ist bei uns Irgendjemand greift mich hier an aus Mein Team Wer ist das nicht schön Wer angreift Wer angreift Team Grün Team Grün Lass uns alles zu diesem Kasten Da unten Seht ihr das Ganz unten auf der Karte Hast du Movements? Nee, nee, hab ich nicht Okay, ich hab 6 Impuls Dann nehmt Mein Kid, mein Kid Hat sich das Die Außerstehende wieder Ach das Ja, okay, let's go In die Zone, Jungs Du bist zu spät Zu diesem Kasten da unten Team Grün Das vor mir ist Was auch Ach das kaputt schießen Die Seite Er braucht Hilfe Das ist die Grün Die sind komplett rechts Sie sind komplett rechts Ja, auf die Auslung Da oben Die müsste Die müssen doch Ja, drei Die Runde kommen Strong, 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 strong Sehr gut Sehr gut, sehr gut Das zusammenbleiben Aber passt auf Einige sind schon an dem Haus Rechts an der Villa Nettes ist von der Seite Weggenommen werden Wir müssen da unten Rechts Zu dieser Villa Oder was das ist Dieses Rote Das Ding ist Die meisten sind ja schon runtergegangen Wir müssen eigentlich schon da unten Ja, du hast recht Da müssen alle zurückkommen Zur Windmühle Oh, alle zur Windmühle Jetzt können wir die pushen Die sind aufgeteilt Jetzt pushen bis hier Zur Windmühle Zur Windmühle Ich komm Die wollen kommen Das ist Team Grün Ich hab ein Auto 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 Ich hab grad mit Holz vor Baut man hier alle eine Festung Die haben sich aufgeteilt Die Leute haben schön Einzel von rechts Die jetzt holen Die da jetzt in der Dings sind In der Stadt Ich muss Metz fahren Wenn die keine Metz haben Da kommt in die G-Klasse Ist das Team Rot Ich bin das Ich bin das Okay, strong, strong, strong Oh mein Gott Team Grün kommt Die sind alle vor uns Im Westen Im Westen So hart So viele sind Im Westen sind die Aber Team Grün Macht den richtig gut bis jetzt Fight Fight Ach, das war aber nicht Die Sniper Nein, das war nicht Die Sniper Passt auf Die Sniper alle Die Rot muss gewinnen, Junge Wir sind gut in der Zone Gut in der Zone Macht den richtig gut Alles easy Passt auf, dass Eure Kollegen nicht attackieren Oh, Blackjack ist down einfach Ja, ich werde von meinen eigenen Leuten abgeschmallen Wer war das? Wer war das? Stark Wer war das, Blackjack? Keine Ahnung Das ist schon wieder durchgelaufen Blackjack einfach down Ehren, Mann Die ist ein bisschen schild beim Frischkopf Hier sind irgendwelche Granaten hier drinne Jungs, ich habe gleich noch eine Geheimtaktik Also wir müssen hier durchhalten Achtung, die wollen eine Geheimtaktik anwenden Achtung, Achtung Wir haben gleich eine Geheimtaktik Wir müssen hier die Zone noch durchhalten Dann kann ich mit der Geheimtaktik kommen Wir bleiben hier in der Zone Wir halten jetzt erst mal was wir haben Nico, wie viele Snipermon hast du? Ich bin gerade übelst sparsam Okay, 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 nee, alles gut Wer schießt, wer schießt, wer schießt Nein Oh Gott, ich schießt schon wieder Ich brauche hier Nein, genau das meinte ich Oh mein Gott Keiner wiederbelebt hat Unser Soldat Leute, einer ist gefallen Notarzt Sehr gut Bitte, bitte rettet unseren Soldaten Bitte Hatte mein Dings Hast du Dings Du Leif, Du Leif Keiner kann einen wiederbelebt Dann Opfer sich Sehr gut, sehr gut Du Leif Nein Wir haben einen verloren Die müssen gleich rüberkommen Freunde Mach dich ready Zone, Zone, Zone Ich bin über dir Passt Jungs, wir sind mehr Wir können chillen Wir können chillen Ich hab nur noch Schießen halt beim Moon Wie Oh mein Gott Okay, wir können chillen Wir können auch chillen Wir müssen noch warten Kann keiner unseren Soldat retten Was machst du? Nein, der arme Soldat Ich nehme gerne die Schockwände Okay, und jetzt langsam nach vorne hier Okay, macht euch ready Die kommen, die kommen Leute, ich bin hier Blackjack wieder Nein Geh nicht rüber Nein Achso, so meinst du, dass der okay Ja, ich komm Bisschen helfen Ich dachte, du gehst jetzt rüber Du stirbst Du stirbst jetzt Nee, er ist doch bei uns Nein, nein, nein Das ist bei uns Ich bin hier Wir haben wiederbelebt Achtung, Achtung, Achtung Wir kommen immer näher Die kommen immer näher Wir können uns nicht zurückziehen Wir können uns nicht zurückziehen Leute, wir müssen uns jetzt werden Wir können angreifen, Jungs Diese Dau, diese Dau Oh mein Gott Ich stehe nicht gleich da und sehr gut Oh mein Gott, nein, 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 nein Nico zusammenbleiben Ja, ja, ich stehe grüßen Ich brauch hier, ich brauch hier Hast du hier, hast du hier Oh Gott, ich brauch hier, ich brauch hier, Jungs Oh mein Gott Hast du hier? Er macht Party, er macht Party, Junge Nein, 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 nein Lass dir nicht vor, lass dir nicht vor Sehr gut, er macht Party Genau Einer ist richtig schlungen, einer ist richtig schlungen Ich werd gesnallt von rechts Ich brauch hier, einer muss nach hinten kommen Die Kills zu machen ist so schwierig Es nehmen immer noch 50 Leute Checkt dir das Die Leute gehen einfach nicht da und Die Damage untereinander Deshalb stille ich Überhaupt ein Kill zu machen Für was für was? ich weiß nicht was mit normalen heute dass sie nicht vor sich weiter vor dann die dauer kann mich ja gar keiner mehr holen angreifen ich habe ein ich bin zweimal vom selben typen aus unserem team ich weiß du nicht welcher das ist ich sehe doch keine kommst du dir noch so wenige leute sind echt nur noch sehr wenige kreuz machen kreuz machen wir müssen die gleiche aufhalten die kreuz auf die laufen hier von team grün wir sind in der zone passt auf dass keiner von hinten kommt mein gott nur noch sehr wenige leute können ich bin bei mir könnte wieder belehnt vielleicht nicht oder was ich kann jetzt wenige nur noch leute team grün schaffen das so ausgeglichen einfach das sind so wenige aber die doch auch oh mein gott die rot gewinnt locker leute team rot stark 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 sind die wo sind die nico siehst du da jemanden vor mir die sind südwesten bekommen wir müssen ein bisschen aufpassen nein da ging keine rein und bei uns ist zone hinter uns geht wieder zone geht richtung zone dass sie müssen müssen die haben wirklich jede zonen lang wo wir haben wirklich jede zone weil sich das und durch die zone sie ist mein namen heil ihn heil ihn tan baum wo bist du bist du hast du mehr hast du ich habe zu 100 ich kann ein bisschen gehen davon und das ist einer von uns ich habe gar keine mit mir also ich komme ich habe das miko und weil du mich geträgt ja menschlein ich habe die bisschen ich hätte noch 100 hat wie warum tötest du mich du hast mich bei jahre bis mürreuse gehen ich habe ausgeglichen leute ich komme ich glaube ja bei der ausfall das ding und doch nicht viele rote viele rote zone die mussten die zonen druck jetzt könnt ihr die holen jetzt holt ihr die ich bin oben ich bin oben kommt hoch team grün ich bin ich bin grün kommt alle hoch ich bin grün alle hoch macht die kugel weg hat angst hat angst hat angst ich bin ich nicht leute macht das ganz cool jetzt die profi spieler mit ihrer jetzt die profi spieler ich komme zu dir wo bist du ich komme zu dir ich komme zu dir hier brauchst du ich komme was ich habe was brauchst du mit ich habe 0 ich habe hier 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 oh mein gott oh mein gott hier brauchst du das nein nein ich bin gerne für das sind nur am campbrot die die man machen die leute dass sie da merkt man diese nur hinten und so support nicht jetzt hier das ist krass nico ich bin bei der rot gewinnt kommen wir rein ich habe an sich ein von uns hätte ich brauche nichts sind aber ich habe das war's das war's das war's das war's stark 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 das war ein profi player über uns sind einige über uns sind einige über uns sind einige und heute direkt und direkt wo die lieben ist auch bloß okay nico hat high ground es sind zwei rote und du hast gleich keine metz mehr die holen jetzt alle ja der playboy und alle ich muss noch eine eine plattform pass auf da sind mit der frech von deich ne war der der dichter und nicht gegen ein team rot hat echt gewonnen ich bin so stolz auf team grüner ihr habt wirklich bis zur letzten sekunde gekämpft man hat einfach nur gesehen dass wirklich stanni und blackjack keine oder so obwohl wir so in der unterzahl waren haben wir nicht so fertig gemacht lieber spiel ich safe als ein grün zu attackieren ja und ihr habt euch wahrscheinlich gegenseitig die ganze attackieren ja als blackjack muss davon an roten gestorben ja stanni auch stanni und ich wobei die fliegen gegen das safe machen von einer überzahl im team ist für mich der herzen leute lasst auf jeden fall ein like aktiviert die glocke wir sehen uns im nächsten video auch rein Bis zum nächsten Mal.